Tabata-Training ist im Functionell-Training in aller Munde. Also habe ich gedacht, probiere ich es mal bei meinem Seniorensport aus. Los geht's! Das Band schön auf Spannung ziehen. Schultern nach hinten ziehen. Und Pause. Arme lockern. Oberkörper leicht nach vorne gebeugt. Ellbogen anwinkeln. Und wir ziehen die Arme lang nach hinten und trainieren den Trizeps. Pause. 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 Wir richten uns auf und legen los mit den Bizeps Curls. Arme immer langsam senken und Band auf Spannung halten. Und die Arme in der Pause lockern. Wir legen wieder los mit der Schulter. Und Pause. Pause. Arme locker. Wir gehen in Ausgangsposition. Und los geht's. Arme nach hinten zum Trizeps Training. Ellbogen an der Hüfte fixiert. Pause. Und los geht's. Wir trainieren den Trizeps. Ellbogen bleiben an der Hüfte fixiert. Ellbogen bleiben an der Hüfte fixiert. Wir trainieren die Schulter. Wir trainieren die Schulter. Und los geht's. Wir sind und los geht's. Und los geht's. Und los geht's. Endspurt. Endspurt in dieser Runde, letzte Übung und los geht´s. Nochmal 20 Sekunden Power und Pause, Arme ausschütteln. Endspurt in dieser Runde und Pause, Arme ausschütteln.